Die Sendung wurde live untertitelt. Dann ab. Ich war auch mal in einem Feuergefecht. Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugeln kamen. Wo war das denn? Vor meiner Stationierung hier habe ich im Gefängnis von Eisenwald gearbeitet. Eines Tages gab es einen großen Terrorangriff und einige Gefangene versuchten zu fliehen. Viel Krawall, viele Tote. Irgendwann schaute ich um die Ecke und wen sehe ich da? Ich habe was gehört. Achtung, die Einrichtung wird angekündigt. Alpha sofort sichern. Wir uns retten. Alpha ist geschehen. Ich wiederhole. Alpha ist geschehen. Ach. Oh, oh, oh. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Das war's. Here it is. My ticket down to the surface. Transportkapsel bereit zum einsteigen. Bitte Zugangsdaten eingeben. Achtung, Fehlfunktion, Navigationssysteme beschädigt, dicht, dicht, dicht. Notfallauswurf eingeleitet. Landung in G-3, 2, 1. Air feels heavy. Brutal heat. Like Texas in August. Commandant Adler, from Oberkommando der W-0. Ich rufe Kapsel 7, bitte antworten. Kapsel 7, bitte antworten. Time to break into the facility. Find the Oberkommando. Steal the Odin Koth for General Angle's ship. Slick as a whistle. Damn, I'm burning up. I'm retarding all day. Du dr bass. Amorrhassungsgebab. Du dr az. Was ist das? 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 Was ist das?